Das ist ja lustig. Okay, ich habe keine kurze Rast mehr. Ja, dann schneide ich mal wieder. Okay. Hm, was geht's los? Kann ich hier speichern? Ja. Wo denn? Ah. Mhm. Okay. Okay, die haben aber weniger Leben als wir normalerweise. Das ist schon mal gut. Schade. Hm? So, Karla kommt von da hinten angelaufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist gut jetzt. Wo ist denn die andere Karla? Die ist Shadow Step, ne? Kann ich das auch? Wieso können die denn irgendwas, was ich nicht kann? Das ist ja unfair. Weil das Problem ist halt, ich darf ja nur mich selber angreifen. Was ist das da? Shadowheart, ne? Schattenherz, ja. Ist das Gale? Ja, und die andere ist irgendwo ge-shadow-stepped. Ich weiß wo. Was gemein ist halt, dass die halt alle immer angreifen können. Und zwar zur Stille. Natürlich, Silence, die auch noch. Oh mein Gott, ey. Okay. Sehr schön. Der worst nightmare. Okay. Noch ein bisschen gehen? Nein, darf ich nicht. So, hier sind wir nicht mehr gesilenced. Das ist gut. Das heißt, wir können einmal kurz ihrer hier auch sie machen. 50. 50. Ach du Scheiße. Okay, die strahlen auch bei 51. Okay, dann können wir tatsächlich nicht... Oh, warte mal. Aber was wir machen können... Wir können... Nicht genügend Platz, nicht genügend Platz, nicht genügend Platz. Willst du mich trollen? Da kann ich ihn dann wieder nicht mehr placen, weil ich ja dann wieder gesilenced bin. Hier hingehe. Da war eben gerade irgendwo genug Platz. Ich kann da vorne hinstellen, aber das bringt mich nicht weiter. Nee, dann... Willst du mich jetzt trollen? Jetzt kann ich sie... Oh Gott, Spiel, bitte. Das ist doch ein Witz. Ach, schön. Shadow steppen alle? Das ist doch kacke. Glammed. Schattenkarlack, Schattenkarlack ist jetzt vorne da, geil. Ja, und dann wieder Invist. Das ist doch ein Witz. Ich bin nicht irgendwo... Maserei... Da ist halt keiner, ne? Das ist doch kacke. Ja, na klar. Ach, der ist ja auch Invis. Ach komm, leck mich am Keks. Was kriege ich denn, wenn ich hier jetzt Schattenherz angreife, theoretisch? So, gar nix. Hä? Das finde ich jetzt strange, aber ist okay. Ich geb' gerade alle meine Dinge jetzt für Counterspades aus, ne? Okay, und er geht weg. Das ist doch zum Katzen. So, wir sind nicht mehr gelähmt. Das ist schon mal gut. Und den... Das Huntersmark wieder auf sie. Und jetzt machen wir aber Schaden auf sie bei oben. Brauchen wir nicht. Und einmal noch. Komm, schöner Hit jetzt. Sehr gut. Da haben wir Gegner Nummer 1 tot. Sehr schön. So, Kalak ist dran. Er greift nicht. Ähm, Gale an. Das ist aber okay. So, und jetzt, damit du nicht mehr Invis gehen kannst. Das misst viel. Ah, Gale sehen wir jetzt auch wieder. Das ist gut. Noch was, ne? Mehr kann ich grad nicht. Sie springt von dem weg. Hm. 81, weil wir im Nachteil sind. Aber das sollte trotzdem gehen. Ich hab keine Heels, ne? Nein. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt... Gale... Jetzt kurz mal... Dreierheelen. Man kriegt Schattenherz von Schattenherz auf den Sack. Das ist gar nichts. Ähm... Der steht halt 10 Kilometer weit weg. Der kann gar nichts machen, gerade leider. So, dann können wir einmal kurz das... Nein, was mach ich denn? Und das mal Grease. Ähm... Mal Schatten, jetzt brauchen wir nicht. Gale. Wie viele Probleme kriege ich denn, wenn ich jetzt sowas mache? Anscheinend gar keine. I don't know. Ein Tag, ein anderes Kampf. Uh oh. Das ist nicht ganz so geil. Genau wegen sowas. Ja, warum? Ich weiß, den Knopfschlag darf ich dann gar nicht mehr. So, die Dingens ist ja schon gone. Mal ein Spell auf. Okay. Die hat ordentlich Schaden bekommen. Dann nochmal ein Zweier hier. Für... Kalak. We need... Thank you one alive. Oh, okay. Nur sechs Schaden. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, der springt wieder ins Invis. Oh Gott, ist das nervig. Okay. Das Problem ist jetzt hier, der Gale, der da irgendwo rumlümmelt. Bringt nix. Bringt nix. Und jetzt brauchen wir noch eine Zweierflank-Sphäre, die ich irgendwo da hinten mal hinstellen kann. Damit die Vision auch geben kann, im schlimmsten Fall. Und tschüss. Ei, ne Güte. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Schattentransporter. Aber ich will ja noch gar nicht. Ich will ja... Rein theoretisch will ich ja erstmal noch dieses Dings haben. Oh, ich hab das jetzt angekommen. Ich spüre... Ah. Der Letzte, der gestorben ist, hatte den... kleinen Ball. Na gut, okay. Er war jetzt nicht ganz so hilfreich. Dann teleportieren wir uns da raus. Und machen wir einen langen Rast. Ich bin reise derzeit nicht mehr Gast, weil ich hier neben dem... jetzt drinnen stehe. Ach, da ist Teddy. Hallo. Mein großer Name. So, jetzt aber. Trefferpunkte generieren. Ui, okay. Okay. Dann sind wir sicher, wird's knapp. So. Okay. Hab ich noch eine Prüfung, hatte ich gelesen, ne? Klar. Her most sacred path. Hm. Another bowl, bearing the stains of an ancient blood offering. Mhm. Another trial. Allow me, please. Gestatten Sie mir vor allem. Okay. Matthias war gesagt, zu be sure afoot in even the darkest recesses of Lady Sharl's embrace. Ah ja, wo? Ah, okay, I see. Wo fängt das an? Da in der Mitte eventuell? Da, hier in der Mitte auch, okay. Was hier, danach da. Echt? Okay. Ach, das sind Versuche, die ich habe, ja? Mhm, okay. Äh, mhm. Warum? Oh, hell. Ich meine, ich sehe das hier vorne ja nicht mehr. Ja, da, da. Okay, ich muss hier anfangen wahrscheinlich dann. Bis nach... Da. Okay, das ist gut. What the heck ist mit Schattenherz gerade passiert? Was zum... Ah, okay, dafür ist es jetzt hier aber dunkler. Interessanterweise. Obwohl man das halt immer noch nicht gut sieht. Sollte ich vielleicht... Warte mal. Hm. Jetzt kurz mal... So, warte mal. Erstmal könnte ich noch kurz hier Tränke geben. Schattenherz, so. Warum auch immer sie so viel Schaden bekommen hat. Ähm... Achso, und dann... Warte mal kurz... Die Waffe ablegen. Ist jetzt ein bisschen dunkler. Ja. Ist hier vorne. Rüber. Alter. Achso, Schattenherz ist tot, tot. Ach, das wäre toll. Ich kann das nicht mehr. Nein, nicht speichern. Ach. Dass sie nicht da vorne stehen bleiben können, geht mir auf den Keks. Ich schicke die gleich alle ins Lager und mache die Kacke alleine. Schattenherz darf das gerne von mir aus noch freischalten und dann gehe ich da jetzt alleine gleich durch. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sinnvoll. Aber dann passiert sowas nicht. Ähm... So, okay Aga verlassen Den zweiten Stein habe ich ja nützt, ne? Den müsste ich ja... Ja, zwei Steine habe ich schon, gut So So Okay, ich habe es geahnt Aber ich kann die halt auch nicht Dazu bringen, dass die hier stehen bleiben, ne? Okay, das heißt, ich müsste sie rauslassen Ich könnte alternativ mit Schatten jetzt was alleine machen Die anderen alle ins Lager schicken Na gut, okay Ich mache an der Stelle jetzt hier aber für heute dann erstmal den Cut Dann machen wir das halt tatsächlich in der nächsten nochmal Das Ding ist... Ach so Ich bin mir jetzt tatsächlich nur zurückgesetzt Und da ist Schattenkampf jetzt wieder einmal Ja, okay, ne, alles gut Spiel laden Und dann gehe ich da das nächste Mal direkt erst einfach alleine rein Das ist dann, glaube ich, sinnvoller Ähm... Naja, egal Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, dann erstmal reingehauen Ciao, ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020